Der hat Tatsache-Spitze 205 Tacho geschafft. 278 Kammer. 285. Wir sind eines der letzten Länder weltweit ohne Tempolimit. Und damit in illustrer Gesellschaft mit Afghanistan, Somalia und Nordkorea. Es macht dann halt mehr Spaß, wenn man im Sitz drin ist und merkt, wie man denn zur Seite in den Sitz gepresst wird. Also du bist gegen Tempolimit? Ja. Alleine, wenn man dann nur überlegt, was für einen Arbeitsweg sie hätten. Stellen Sie sich das mal vor. Die müssen dann eine halbe Stunde früher aufstehen. Nimmst du mich mal mit? Sehr gerne mit. Es ist einfach ein schönes Gefühl, wenn man Gas gibt. 170. Schön. Wenn ich mal so richtig schon auf die Tue drücke, es macht schon Spaß. 190. Wenn es jetzt ein Tempolimit gäbe, würdest du dir dann ein langsameres Auto kosten? Nö, wieso? Auch wenn Tempolimit ist, ja. Ich will meine Japaner da haben, die ich mir so ins Auge gefasst habe. Man kann auch mit 160 locker zum Ziel kommen oder wie auch immer. Aber 120, 130 durchgehen, nein. Das ist zu langsam. Ja, ja. Ist zu langsam. Freie Fahrt für freie Bürger. Dieser ADAC-Slogan aus den 70ern hält sich bis heute. Die Autolobby hat sich beim Thema Tempolimit also ganz klar positioniert. Wenn ich von A nach B komme, das ist für mich eher so die Freiheit. Einfach selbstständig zu sein, das ist halt die große Selbstständigkeit. Die ganzen Holländer, weiß ich nicht, Schweizer, die kommen alle nach Deutschland gefahren, um schnell zu fahren. Ja. Dadurch verdient Deutschland, sage ich immer, denke ich immer auch ein bisschen Geld dran. Die Leute aus dem Ausland kommen gerne rüber und da können sie ihre Autos hier schön austesten und ausfahren. Wie viel Zeit verbringst du mit deinem Auto? Es werden es sein, am Tag bestimmt sechs, sieben Stunden. Am Tag? Ja. Jeden Tag? Ja. Was ist dir wichtiger, dein Smartphone oder dein Auto? Oh gut, Auto. Wie viel Geld hast du schon in dieses Auto gesteckt? 5.000 Euro so in vier Monaten habe ich jetzt. Ich würde schätzen so 3.000 bis 5.000 ungefähr. Und das in nur einem halben Jahr? Und das in einem halben Jahr. Wie oft denkst du an dein Auto am Tag? Na ja, sag mal, wenn ich das schon sehe, wenn ich mir einen Kaffee mache, dann gucke ich auf den Hof raus. Und dann sehe ich den automatisch und dann sind automatisch die Gedanken da, na ja, was könnte jetzt noch gemacht werden? Ist der Wagen sauber genug, wann ist der nächste Ölwechsel? Ich höre auf jeden Fall schon auf der Auffahrt, dass das hier kein normales Auto ist. Schnellfahren ist relativ, ich sage immer, schnell fahren kann jeder, mit dem Auto richtig fahren ist anders. Also Sicherheit spielt schon eine große Rolle. Ja klar, das auf jeden Fall. Weil ich weiß, wenn ich jetzt mit dem Motorrad mit 300, wenn einer rauszieht und ich fahre davor, dann warst du es dann nicht platt. Seit der Geburt meines Sohnes ist meine Frau da ein bisschen skeptischer drin und die sagt dann, du pass auf, wenn er dabei ist, fahr bitte nicht so schnell. Aber sie hat nun Angst, es könnte ihnen was passieren. Ich finde öffentliche Verkehrsmittel ganz schlimm, ganz grausam. Würdest du eine Partei nicht wählen, wenn sie das Tempolimit vorschlägt? Wenn die sagen, wir wollen nur 130, kreuze ich dann was anderes an. Nee, ich will das partout nicht, denn kommt das für mich auch nicht in Frage, sowas zu wählen. So rein rational gibt es eigentlich nur Gründe für ein Tempolimit und auch hier habe ich heute keine dagegen gefunden. Dafür aber die große Liebe der Deutschen fürs Auto. Und wenn du da hinguckst, ich sehe da ein Lächeln, oder? Und wahrscheinlich ist auch genau das der Grund, warum sich die Politik da immer noch nicht rantraut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.